Puh... So hat sich das Spiel, das geht ja... Ich move so hart ich kann! Ich auch, weil hier sind die Schlimmsten bestimmt von allen. Das kann ich mir gut vorstellen, weil so ist es ja nicht so, als könnte ich mir nicht vorstellen, dass es hier schlimm ist. Ich schätze mal irgendwo hier hinten wird das Strom... wird Stromland sein. Hier zum Beispiel. Ja siehste, du hast es schon gesehen, ne? Da hab ich mir schon fast gedacht. Ich schätze mal, du hast die Strom-Keys. Ja ne, ist klar. Weißt du, du kannst dich auch mal am Arsch lecken, mich hier alleine zu lassen mit dem Scheiß hier. Ich mach hier alles kaputt, was ja irgendwie Angst machen könnte. So, okay. Und Strom aus. Okay. Ähm... Ja. Können wir los? Was? Jaaa, wir sollen... Wir sollen... Alter, tun wir das? Ich schieß doch schon! Oh shit, sie wollen hier durchkommen! Oh shit, oh shit! Wollen sie das viele? Ähm... Ich muss mal nachladen, okay? Lass uns mal kurz nachladen. Es geht gleich weiter hier. Ähm... Ich glaub, sie kommen gleich woanders lang. Ich hab so das Gefühl, dass sie den Weg hierher finden, aber naja. Oh shit! Ähm... Oh! Ähm... Was ist denn da? Oh nein! Er wieder! Wieder so'n Mann! Das ist der Mann! Oh yeah! Oh yeah! Er tritt hier... Oh yeah! Gewalt! Deckung! Deckung! Renn um sein Leben, ey! Er so, tschüss! Ja, ja! Okay. Okay, weißt du, wir finden den Weg hier raus. Also, so ist es ja nicht, ne? Ich finde meinen Weg. Okay, tschüss! Tschüss, Betrüger! Ich bin hier weg! Und du, dass du es weißt! Also, äh... Ich brauch das nicht! Wow! Okay! 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 Jetzt, wenn wir uns damit sagen, ich bin hier nicht willkommen, oder? Ich glaub, der will mich hier gerne tot sehen. Bin wir da ja rechts... Bin mir da ja recht sicher, dass er das will! Aber das ist nur so eine Vermutung von vielen. Ich glaub... Ich glaube, hier geh ich nicht lang. Ich glaub, ich geh in alle Richtungen lang. Ich hasse dich, weißt du das? Was? Du kannst woanders die Sachen kaputt spießen, aber nicht bei mir. Wie heißt das damit? Was hättest du von dir einen tollen Vorschlag? Dass du einfach mal mich in Ruhe lässt, mich einfach machen lässt. Und nicht wie ich hier kaputt spießt mit deinem Kram. Und du... Really big is coming! Ist einfach nur so ein Typ mit einer Machete. Aber egal! Aber egal! Einfach so ein Assi! Mit einer Machete! Ich wüsste mal gerne, wo ich bin! Security Checkpoint! Okay! Da muss ich hin! Definitiv! Da muss ich definitiv hin! Wenn ich da bin, da hab ich schon viel geschafft! Also... Geh mal lieber hier weiter lang! Weil ich weiß nicht, ob ihr hier langkommt! Ich kann's euch echt nicht sagen! Weiß nur, dass ich mich hier auf jeden Fall mal umsehen werde! Hier in den Security Room! Das wäre aber eine Idee wert! Definitiv! Aber vorher... Muss ich halt gucken! Muss ich am meisten anbieten, jetzt hier raus zu gehen! Lohnt es sich hier raus zu springen? Ist das eine gute Idee? Oder sollte ich lieber woanders raus gehen? Ich glaube sicher ist es erstmal einen Raum reinzugehen, wo man nicht von dem erstochen werden kann, oder? Bist du noch da, man? Ich glaube... Aber soll's! Schnell weg hier! Ich geh einfach mal weg, okay? Ich finde das ist ne ganz gute Idee sonst! Jake, Jake, Jake! Are you alright? Oh Gott, dammit! What the hell was that thing? I was trying to warn you, but I'm guessing the speakers aren't working in there or something! Oh... Bloody hell... Ja... Whatever that thing was, it got him through the canteen doors. You can access the north wing through there, maybe? Try and meet up with Matthew? Kantine door, maybe... Okay, it's the north wing, we are the canteen. Okay... Alles klar... Also ich schätze mal hier oben... Ich muss jetzt da eben, wo ich eben war, muss ich jetzt wahrscheinlich hin. Das war... Hier war doch irgendwo ne Treppe gewesen, oder? Hier, da war was gewesen, glaube ich. Da... Gut... Dann gehen wir da auch lang... Würde ich sagen... West wing access. Checkpoint. Time to go to the north wing. Das ist der west wing. Wo ist denn der north wing? An sich so mal gedacht. Hier ist die Kantine. Hier sind blöselige Geräusche. Also... Alle haben hier was zu bieten. Definitiv. Ich lass das einfach mal laden. Und hoffe auf das Beste. Alter, der Typ eben, ne? Meine Fresse. Ich hab leider, ähm... Aufgrund jüngster Ereignisse, hab ich leider... Irgendwie auf... Irgendwie viel von meiner Angst vor so welchem Spiel verloren. Ich kann es euch nicht sagen, warum. Es hat sich einfach so entwickelt. Es hat mich so ein komischer Mann. Queero hat mich hinzugefügt. Okay, äh... Weißt du Bescheid? Western L-Wing. I have to find Matthew at the Power Room. Ja, ist klar. Weil ich auch nichts besseres zu tun habe, als auf so einen verfickten Power Room gerade zu suchen. Während ich hier äh... Hey, Jake. It's Terry. Listen, I told the others about Hector. I told them that you did what you could to save him. And I just wanted to let you know. Watch your back out there. Ja, ich weiß. Alleine sein macht doch total viel Spaß. Ich weiß noch nicht, warum... Stell dir vor, ich wäre zu einer anderen Room zuerst hingegangen. Und nicht zu dem High Security Power Room. Weißt du? Das wäre viel schlimmer gewesen. Und ich habe Angst vor... Jaaa! Typ, dass er wiederkommt. Weil die waren ja zu zweit gewesen, ne? Gott, mach mir doch nicht so eine Angst, ey! So. Geh jetzt rein. Und da passiert auch nichts Schlimmes. Weil ich werde einfach nur speichern. Okay? Alles klar. Und ich denke, das ist auch ein guter Moment wieder aufzuhören. Mit unseren kleinen Let's Play hier. Und ich denke, wir sehen uns nächstes Mal bei Anna Hell. Und es ist... Keine Ahnung, was als nächstes passiert, Leute. Keine Ahnung, was als nächstes passiert. Aber spätestens, wenn ihr dieses Geräusch hört, dann hört ihr wirklich auf zu spielen. Gut, äh... Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Und dann... Schauen wir nächstes Mal weiter, was uns im North Wing erwarten wird. Dort brauchen die auch unsere Hilfe. Dort wollen wir ja noch weiter arbeiten. Und ich hoffe, dass wir nicht die ganze Zeit alleine bleiben. Ciao! Bis zum nächsten Mal.